hallo und herzlich willkommen zurück zu cyberpunk 2077 und er bewegt sich noch oder die besser gesagt ich dachte wenn alle tot ja hier ist ein kleines massaker passiert ist natürlich nicht unsere schuld und wir müssen jetzt hier versuchen rauszukommen weil warte mal weil es uns die vulgo ist jetzt natürlich nicht mehr ganz so nett gesinnt sind dann kommt ihr hierhin hier steht einfach nur da rum jetzt gehen die da durch auch durch das ist gar nicht gut geht bitte einfach weiter wie das ist gar nicht toll wenn ich was zum ablenken dann denken wir den ab da läuft jetzt der hin der hin mensch sterben kannst du okay das hat mir jetzt ein bisschen überrascht wir müssen auf jeden fall irgendwo anders rauskommen okay aber wir haben auch gerade gesehen das war plastik und das ist ein bosskampf scheiße wir haben auch definitiv nicht die richtige waffe dafür gerade ausgerüstet warte mal das machen wir mal direkt also ein sniper ist das schön und gut nicht in close combat kommen wir das oh nee warte mal nehmen wir doch dich so jetzt haben wir schon gesehen da sind gegner dann gehe ich doch mal hier hoch kette streng komm ich hier drauf komm ich hier irgendwo anders lang dass die mir nicht da im weg kommen jetzt nicht hier noch überall hin hier komme ich durch hier komme ich aber nicht raus so jetzt kommen die hier her und dann gehen sie gleich da hinten durch scheiß halt das ist mir viel zu eng hier ich kann mich auch nicht irgendwo hinter eine scheiße verstecken oder so okay komm komm stirb ich glaube auf die entfernen ist das nicht ganz so gut so die sind tot Er ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Komm, der muss sterben, bevor er es hochgeladen hat. Dankeschön. Wie Schaden macht das denn hier? Einmal das aufsammeln. Fick dich. Was sagt nacht? So, tschüss. Gute Nacht. Egal, die ganzen Voodoo-Wars sind jetzt hinter mir, ne? Furcht hier hoch? Ne. Ich nehme mal, komm hier auf Entfernung lieber die Waffe. Das soll ich ein bisschen besser. Also, wo werde ich denn jetzt überhitzt? Von der ganzen Hinten, mein Dach fickt euch doch. Okay, hier geht's nicht raus, ne? Ne. Ja, warte, warten wir mal eben kurz, bis... Okay, schon vorbei. Ah, so eine Scheiße, du bist gleich tot. Komm, ich stirb. Danke. Bevor der jetzt ankommt, jetzt kommen wir nicht mehr zurück, oder was? Ich will jetzt hier aber nicht verbrennen, Alter. Kannste knicken. Warte, dann laden wir immer das nach. Und dann kommt der Bus fort. Ah, ich muss ihn neutralisieren. Gut. Kann ich nicht. Okay, ich kann kein Bridge machen. Ja, dann Speicherlöschung. Wieso können die sich denn alle porten, Mensch? Oh, komm, hier. Treffen überhaupt. Ein Prozent. Wow, ein Prozent Schaden macht das. Er hat auch ne Schrot, das ist scheiße. Komm, was will ich nachladen? Ich glaube, so ist ganz nice. Scheiße. Komm. Warte, du hast eh wie das nachladen. Ah, er küsste tot. Das ist jetzt hier nicht besonders schwer. Mach mal nen Audio-Schuck. Komm. Jetzt dürft ihr uns eigentlich nicht sehen, ne? Okay, er sieht das scheiße. Oh, ho, ho. Ah, Placid. Du Franzose. Gute Nacht. Die Franzosen unterliegen den Deutschen. Das gab's ja schon mal irgendwo, ne? Und ihr seid freundlich, ne? Bitte, danke. Okay, seid alle freundlich. Was? Was ist denn die Scheiße? Pass auf. Fuck. Johnny, beherrsch dich mal. Johnny! Noch bist du nicht tot. Ich hab dich. Aua. Was du riechtest, ist Seeluft. Ich auf nem Kahn, oder was? Das Meer ist schön um die Tageszeit. Ach, komm, dann stehen wir mal auf. Die Attacke hat mich fast umgebracht. Ach, 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 ach. Nur fast. Stimmt. Man kann kaum die Augen abwenden. Sind wir in Pacifica? Was ist das für ein Haus? Altes Hotel. Das Piste Sophia. Wir sind die einzigen Gäste. Komm mit. Ich will dir was zeigen. Warum bin ich ausgerechnet hier? Warte ab. Dann siehst du's. Aber echt geile Aussicht. Du warst das. Ich konnte mich einfach liegen lassen. Aua. Hab dich. Da kannst du dich nicht rauswinden. Du wolltest die Pille schlucken. Ich tue so, als hätte ich das nicht gehört. Ach, komm schon. Ich weiß, was du bist. Hey. Ich hab dir den Arsch gerettet. Dich in Sicherheit gebracht. Und du vertraust mir immer noch nicht? Doch. Okay. Ich glaube dir. Danke. Aber John. Da bist du. Kletter durchs Fenster. Das solltest du schaffen. Hoffentlich. Hey, mach mal halblang. Ich bin alt. Ah. Komm. Jawohl. Schau ich noch so gerade. Aua. Du wolltest wissen, warum wir hier sind. Wo ich stehe, ist ein Versteck. Mach's auf. Nimm sie mit. Nimm was mit? Ist das deine? War sie, ja. Hört jetzt dir. Hm. 50 Jahre alt. Mexiko-Krieg? Als ich jung und dumm war, habe ich mich bei einer Konzerntruppe gemeldet. In Mexiko habe ich gelernt, dass die Konzerne immer gewinnen und die Kleinen immer verlieren. Egal, wofür man kämpft. Und das hast du in deiner Musik ausgedrückt? Zuerst bin ich desertiert. Dann war ich genau hier. Hab einen Monat im Bett gelegen und den Deckenlüfter angestarrt. Mich bis in alle Ewigkeit zu verkriechen. Das würde ich auch gerne tun. Deshalb habe ich dich hergebracht. Hat auch seine Vorteile. Ich will nicht, dass du wie ich da liegst und Zeit vergeudest. Hm. Warum schenkst du mir die? Damit sie dich daran erinnert, dass wir in diesem Krieg gemeinsam im Einsatz sind. Würdest du dir eine Kugel für mich einfangen? Ich meine, er ist ich oder nicht? Komm, wir hauen ab. Ja, pst. Und wenn er sie nicht kriegt, dann kriege ich sie doch. Oder nicht? Weil wir sind ja in einem Körper. So, ja. Ja, würde ich. Die Marke hat mal einen Mann gehört, der sich in Mexiko für mich geopfert hat. Ich habe über unser Dilemma nachgedacht. Ich will ganz ehrlich sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn es soweit ist, gebe ich mein Leben für dich und verschwinde. Die Marke ist ein Versprechen. Ich würde das auch für dich tun. Hm. Danke. Denkst du ernsthaft über Hanakos Angebot nach? Hanako und ich wollen dasselbe. Ha. Klar. Okay, mach was du für richtig hältst. Du hast das Sagen. Ich habe nur eine Bitte an dich. Und zwar? Adam Smasher. Der Wichser, der mich fertig gemacht hat. Was immer mit mir passiert, ich will ihn tot sehen. Eis kalt, in alle Winde verstreut. Das wird aber nicht leicht, ne? Der ist richtig stark, glaube ich. Im Ernst? Smasher? Plötzlich denkst du an den? Beim letzten Mal hatten wir... Keine Gelegenheit, Hallo zu sagen. Deshalb müssen wir ihn finden. Und kalt machen. Mhm. Ähm. Ja, die wird vollkommen mitkommen. Das ist mir wichtig. Und für sie wird es genauso wichtig sein. Ich soll's Rogue also sagen? Das alles? Ich glaub, das übernehme ich lieber. Persönlich. Wie willst du das machen? Du schluckst Mistys Pillen und ich übernehme das Ruder für eine Weile. Der Plan gefällt mir ganz und gar nicht. Ist dir klar, oder? Ich unterhalte mich mit Rogue nur kurz über Smasher. Dann bin ich weg. Versprochen. Achso, hat er mich hier hingebracht mit den Pillen. Jetzt verstehe ich das. Oh, okay. Ja, komm, er hat uns eigentlich schon gerettet, ne? Wir vertrauen ihm eigentlich. Oder? Ja, doch, wir vertrauen ihm. Okay, ich mach's. Scheiß drauf. Für dich. Weiß ich zu schätzen, danke. Bring mich zum Afterlife. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Ich fühl mich besser. Gehen wir. Ich fühl immer noch einen Schmerz nah an deinem Herzen. Feuchte, der geht nicht weg. Hm. So, was ist das hier erstmal für ein Hotel? Richtig abgeranzte Boot ist das, glaub ich, oder? Da unten ist ein Ripper-Dock, aber wo sind wir denn überhaupt? Da war ich noch nie. Ist es so viel? Hieß es so? Ja. Mhm. Guter Ort zum Sterben. Aber nicht heute. Aua. Bitte nicht. Scheiße. Nicht gut. Oh, Coach Fred. Ich muss schon sagen, wie. Ich wusste, dass du es weit bringen würdest, aber nicht so weit. Hm. Ja, wir sind gut. Du kämpfst im Finale gegen Razor Hux. Profi-Weltmeister im Schwergewicht. Einer der Besten der Welt. Dieser Kampf wird historisch, das weiß ich jetzt schon. Ja, also wir schaffen es halt nur weit, wenn wir auf einfach stellen, ne? Also schwer ist das halt schon schwer. Ist die Verbindung sicher? Können wir reden? Oder brauchst du wieder eine Adresse, damit du mir eine Puppe schicken kannst? Sie ist sicher. Ich habe alles, was besprochen war. Gut. Nein. Ausgezeichnet. Treffen wir uns. Wo? Embers. Lass mich nicht warten. Persönlich? Was hat sich geändert? So einiges. Wir reden in Embers weiter. Einverstanden. Den Laden kenne ich. Ich habe ja auch keine andere Wahl. Wir sehen uns da. Gut. Aber bevor wir das machen, gehen wir mal ganz kurz eben hier hin, zum Afterlife. Äh, warte mal, ist hier ein Schnellreisepunkt? Ja, hier ist ein Schnellreisepunkt. Ist auch ein Überfall, das da. Den mache ich auch nochmal kurz. Oder ist da oben? Kommen wir da hin, so einfach ohne weiteres? Wir haben wir die Treppen hoch, ne? Ja, kurz. Hier kommen wir nicht rein, ne? Ne. Gut. Sichere Landung. Moin. Na, wie geht's? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Dachte ich mir. Ja, du bist ein Niemand, würde ich sagen, ne? Deswegen kennt dich auch keiner. Wobei, ich sagen muss, die Aussicht ist schon geil. Also, so günstig sind die Häuser hier wahrscheinlich nicht. Auch wenn sie sehr abgeranzt sind. So, eins noch höher. Ne, noch eins höher. Aha. Komm, stirb. Sehr schön. Dann bist du nur hier. Und du. Ja, mach das mal. Wenn du tot bist. So, du bist tot, ne? Ja, gut. Für den kommen wir leider zu spät. Das war's schon. Wow. Verbrecher werden auch immer dümmer. So, okay, ist egal, wo wir anfangen. 7a, bd, 7a, 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 gut. 7a, bd, 7a, 7a. Ähm. 7a. Gut. Aber leider nur zwei von drei. Gut. Dann jetzt auf hier hin. Oder wollen wir da rüberfahren? Warte mal, müssen wir da rüberfahren? Ist das ein unterirdischer Tunnel? Warte mal. Okay, ich will, da will ich schon her. Das ist, glaube ich, nur ein unterirdischer Tunnel, ne? Ja, da fahren Autos lang. Okay, das ist cool, da will ich durch. So, einmal kurz hier die ganz tausenden Treppen runter. Dass wir so viel Stamina haben. Nein, nein, nein. Okay. Nichts passiert. Was seid ihr denn? Wir sind Voodoo-Boys, von denen halten wir uns mal lieber fern. Wobei, hier ist alles voller Voodoo-Boys, ne? Ah, scheiß Pacifica. Judy, moin. Oha, als ob da auch so eine geile Stadt ist. DLC incoming? Hier gibt es ein echt Nova Virtustudio. Hm, natürlich macht sie das. Wollte ich mir mal angucken. Vielleicht miete ich mich für ein paar Tage ein. Spiel mit der Tech rum, experimentiere ein wenig mal gucken. Aber ich werde nicht lange bleiben. Okay. Immer auf der Reise, oder wie? Ach Gott. Äh, ich hab nicht NC verlassen, um einfach bloß woanders hinzuziehen. Zumindest nicht sofort. Sonst hab ich denselben Scheiß an der Backe, bloß an einem anderen Ort. Ja. Richtung Osten und will ein wenig das Land durchstreifen. Hab wahrscheinlich eine Weile lang kein Signal. Lass dich nicht unterkriegen, okay? Ich geb mir Mühe. Aber die Stadt sieht echt frisch aus, ne? Warte mal. Könnte ich da draufklicken? Irgendwie? Ne. Ach guck, da sind auch so mega Gebäude. Auch nicht schlecht. Ach, du kommst schon klar, wenn ich mal wieder in NC bin, könnten wir ein paar Bier auf dem Dach trinken und du erzählst mir alles. Und ich werde dir wahrscheinlich kein Wort glauben. Aber bis dann, mach's gut. Ja, bis dann. Schön, dass du vielleicht zurückkommen könntest. Vielleicht vermisst du schon ein bisschen. Oh, Sprühfarbe. Ich würde mal gerne wissen, wie es zu dieser Zeit jetzt in Europa aussehen würde. Weil wenn nicht hier schon so mega Gebäude stehen. In Europa stehen ja momentan sogar kaum, äh, Wolkenkratzer. So, warte mal. Hier unten saß du. Voodoo Boys. Und? Die kann ich doch schon wieder nicht scannen. So. Animals. Okay, die mach ich doch gerne fertig. Guck auf ein paar Faustkämpfe, ihr Lieben. Wie viele seid ihr denn? Warte mal. Warum ist Ping blockiert? Okay. Ach, weil ich das gerade schon gemacht habe. Vier Leute. Habe ich vier Leute im Faustkampf? Ne, komm, ich gönne mir einen von denen im Faustkampf. Vielleicht können wir vielleicht keine, die sind stark. Die sind sehr stark. Und von wegen Animals benutzen nur die Hände. Wenn man sich ihrer Linie treu bleibt. Komm. Die Wacker ist auf Distanz echt scheiße. Weil ich mir eigentlich denkst du drin. Na, warte. Wie mach ich denn Granate? Ich werde hier zerfleischt. Ah, du wirst hier zerfleischt. Das hast du gut erkannt. Aber wie mach ich denn Granate, wenn ich... Scheiße. Hier, komm, Faustkampf. Wollen wir speichern? Ne, ne. Schade. Komm hier. Ist auf die Fresse. Du bist aber nicht so stark wie deine andere da. Wie deine Gang-Anführerin. Kein Problem. Schön, dass du noch lebst. Wer bist du? Wow, Ziauling. Hier ist aber schon etwas tot. Einmal ganz kurz die Sachen hier mitnehmen. Dankeschön. Und hier noch die Sachen. Aber schön, dass wir zumindest eine retten konnten. Auch wenn das von 4 jetzt nicht unbedingt ein gutes Verhältnis ist. So, hier noch. Und da noch. So, jetzt müssen wir da wieder hoch. Irgendwie. Hier. So. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich hier durchfahre. Wie das aussieht. Ja, komm. Fahr mal mit der Bonzenkarre. Wir sind ein bisschen klein hierfür, habe ich das Gefühl. Wie? Ich brauche deine Hilfe. Schon wieder? Gleicher Treffpunkt wie letztes Mal. Lass mich nicht warten. Okay. Was gibt's denn? Hallo? Lizzie? Wow. Shit. Hochnäsig. Guck mal, das ist hier wie, äh, die Strecke zwischen Frankreich und England. Und nicht ganz so lang. Ja, cool. Wird hier nur gerne auch irgendwo aufs Wasser gucken können. Das geht ja anscheinend nicht. Na, guck mal. Nicht schlecht. Oh. Nur einmal bitte zum Afterlife. Platz da. Ich finde die Musik passt gerade richtig gut zu dieser Stimmung. Das ist gut ausgewählt. Was wär's das? Hey, ich hab dann nur noch von nem Kumpel bekommen, der meinte, du wär's gut. Wenn das wirklich stimmt, hab ich nur nen Job für dich. Ruf mich an, wenn du Interesse hast. Okay. Scheiße, wie ist es jetzt nochmal? Osob. Osob und Bozo. Oder ist es ein Anagramm? Wie hier? Hab gehört, du hast nen Job. Richtig. Ich brauche einen Fahrer. Nur nen Fahrer? Dann ruf dir nen Taxi. Taxi sind nicht mein Ding. Machen meist die Biegel, wenn's brezlig wird. Aber genug gelabert. Lass uns direkt zum Geschäftlichen kommen. Habe gehört, du bist der Beste in der Stadt. Ich arbeite gern mit den Besten und weiß, dass das seinen Preis hat. Die Details erspare ich dich jetzt mal. Ich mein, wenn es stimmt, was man über dich sagt, kannst du alles regeln. Also, was meinst du? Hast du das Zeug für den Job oder ist dein Ruf fake? Okay, ich bin dabei. Japan Town, Bamaida, auf dem Markt. Hup ein paar Mal und ich komme zu dir. Bis dann, P. Send in the Clowns. Okay. Interessant. Spricht sie also schon darum, dass wir der Beste sind. So, warte mal, wenn das eh hier ist. Warte mal, eine Sekunde, eine Sekunde. Ich hab da gerade noch ne Tarotkarte gesehen, aber ich wollte eigentlich nicht anhalten. Aber wenn die direkt hier ist, dann muss ich das ja eigentlich mitnehmen. Da vorne ist das. Sehr schön. Ja. Wer bist du? Der Wagen. Okay. Erkenne ich alles nicht unbedingt. Moin. Na? Ist ein bisschen sehr unscharf hier durch die Wand, ne? Oder durch das Glas. Ups. Ja, gut. Gehen wir mal zum Afterlife. Boah, ist das hier voll, ey. Hilfe. Okay. Was ist das denn da für eine Reflexion? Hey, das ist doch irgendwo da oben. Was immer. Oder ist das das hier? Ne. Interessant. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.